hallo alle mann und willkommen zu einer neuen folge jahre mit euren lieben schlangen moro der quasi und ein spieler gast ja der versteckt sich hinterm haus wer sind sie sind sie ein stalker ja das glauben wir jetzt sogar noch also ja er ist wie wir letztes mal angekündigt haben sind jetzt drei leute beim projekt dabei ich quasi und der lieben und bei der lieben und hat kein kannst du bitte weg machen nein meiner der greift mich an ich will nicht wieder sterben alter du hast ja heute nicht die bestraft ja quasi hat jetzt noch eine bestrafung heute ja das letzte wir haben heute das wetten ist super special folge jetzt haben wir hier nun bei crazy seine bestrafung und geschenke denn normalerweise sollte hier ein winter event seine nach aircraft wo jeder lycanid mob ein geschenk droppt aber aus irgendeinem grund ist das verpackt und deswegen haben wir uns einfach 13 geschenk hergecheatet nun bei hat drei ich habe fünf und quasi hat auch fünf die werden jetzt weg von haus ja hier in die richtung wir eigentlich am besten durch gerade weil die sind so wie lucky blocks es kann entweder tot rauskommen oder irgendetwas gutes gibt es auch solcher die chance gespott hat und ja nicht also ich habe mich so aus in der luft explodiert hier werden wir unsere geschenke mal öffnen wo ich gerade bin oder wo es denn hier hier kommt okay ich werde erstes sein erstes geschenk natürlich natürlich er brennt er bringt mich zum brennen ich geht ins wasser rein nicht benutzen bei mir ich habe ich habe kaum da wenn im fest schnell mal stehen ach du scheiße ich will eins wasser rein okay da ist nun preis erster tod ja ich wusste nicht dass du so wenig api hast also ja nun preis kommen sie schnell wieder her das beginnt ja schon toll und ich ich brenne konstanz das brennen hört nicht auf der unendliche schmerz da kommt er schon heben sie schnell ihren ganzen staff auf mister und bei also falls ihr euch fragt wieso der namen bei schleim rüstung und sowas benutzen kann wir haben offline ein bisschen mit non-pay gelevelt und sie ein bisschen gezeigt wie alles läuft deswegen hat unser haus auch ein paar verbesserungen also ja bitte wir werden euch dann die verbesserung gleich zeigen von unserem haus das ja ich würde sagen dass nichts dass das nächste pack macht nicht da ja ok das auch seid ihr bereit ja ich sind bereit es fliegt warte ich beschwöre viecher aufpassen nein die weg voneinander ich gibt vergiftung der die plate hat irgendwer von euch was zu essen ich weiß nicht man preis du was zu messen dabei ok ok gehen wir kurz zur nymphen her dann kann nun preis sein geschenk öffnen ich bin ich halte einfach mit schwertschuhl herausten ich bin noch ein bisschen was ich jetzt okay achst benutzen sollte ich schwiegen der trieße auf die das soll die tue gar nicht auf stöcke ja im wasser kannst hier sind deine boots guck mal und gleich ist ein nein ich will nicht wieder dass sie wieder hier hier sind deine boots nicht auf dem kopf ziel kopf ist worden hat irgendwer von euch essen alter ich bin der verhunger ich habe nichts aber ich könnte gut machen ich will das schwuchtel nein das habe ich jetzt nicht gesagt das ist ein falschen schwuchtel sagen es ist ja nicht so ein wort wie das n wort das n wort meinst du nutella nutella ganz böses wort da ich habe jetzt drei brote also bitte gib mir brot ja komm her so ich mache mal wieder geschenk auf nach natürlich nein wieso habe ich wieder die scheiß pflanze gespawnt der wixer ist tot da ich habe ich da jetzt habe ich geckos stattdessen so oh by the way ganz kurz nein warte scheiße ich habe mein stadt weg geworfen bitte ganz kurz mal warten weil ich muss ganz kurz was machen was haben wir noch was ist denn das heißt was hast du gemacht ich weiß es nicht aber ich habe etwas herausgefunden was denn warte wie viele kann ich davon spornen er zeigt mal was was hast du jetzt ja ich hab mir mehr okay sporn gleich das viech damit dann können die sich ans vielleicht machen ach ich wirst du schildern in der bergung so ein stück noch bei öffnen man hat auch ein schick bekommen gibt es auf los geht es kommt mein geschenk das ist nicht auf die buchten auch geschenkt aber er war das nicht wieder nein 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 warte wo ist man ich hab wieder in der fjl ok was er öffnet mal kurz um bremst er hat nicht seine ganz seine drei schleim rüstungs teile klaus ja der wird auch gerade die gangbangt alter der geht einfach unterliegen ich musste der dino ist nett jetzt hat er angst mein geschenk was kommt ach du kacke es ist ein pinguin ist eigentlich auf dem unter ist gestorben aufpasst nicht aufheben ich bin schwer okay warte ist von meinem nächsten oder ja ich habe gerade gefragt man bei auch die schwarze let's go ok erste folge und nun bei direkt zwei tode meine letzte folge wie oft bin ich aktiviert um die sieben mal das sieben mal zehn mal los timi angriff da drüben sind die sachen ich müsste später noch ein schild geben weil du von meiner axt die battle axe dieser oxt dollar ganz die großen schäuze sind hier ist eine pickaxe ich weiß jetzt warum ich nicht springen konnte anscheinend dass meine ist meine spacebar ein bisschen sie können auch mit shift eure sachen ist deine sachen auf jeden Fall ich habe die nur getötet hier ist ein speer und dein chest plate das war aber nichts das war das mit einem scheiß drugs okay warte wer ist jetzt dran mit geschenken warte hier sind auch deine slime pants ich habe sie mit deinem slime pants drei stück hast du sie aufgehoben ich bin ich habe eins noch okay gut dann haben wir beide noch gleich viel okay sie aufgehoben die sind hinter dir drücken sie einfach schäuze hinter sie ins wasser das wasser ist geister hinter ihn ich habe immer zu den geist weil ich will ja okay mein geschenk ja blocker feiern also gehen wir jetzt wir gehen jetzt schnell mal nach hause ich hab noch ein blog oder ich hab noch ein geschenk erwarte ja dann komm schnell her damit er dennoch schnell aufmachen und hängen gehen ich will nicht draußen bleiben bei nacht okay let's go ach cool noch ein hellenbaron also scheiße angreifen gekoß ich denke es ist wie ich so reichen sie dort teil an aber ich bin kacke macht pvp aus auch nun wieder der wälder und kreis aus auch wenn es ist einfach wenn dieses modpack wieder mal zu scheiße ist und leckt wie kacke um mehr sie die typ ich habe aber keine waffen um ja wir sind alle tot aber für mich wird es noch schlimmer weil ich gleich weil ich gleich verpackt das muss also passiert ich brauche irgendeine waffe kurz vom boden ja ich habe einen besten abstand weil ich müsste sich doch fressen ja krampus ja für mich doch ein unfall weißt du was der krampf was den kampus ist ja er weiß bestimmt was den kampus ist er hat nie gesagt so er hat den anfang von einem ganz schlimmen wort gesagt achso hey mann da ist das projekt hast du uns alle ja du das meine kampus ok cool nein ich gehe jetzt nicht darüber könnt ihr bitte töten dieses blöde superskelett ist sogar ok herr schlangen wird ich werde machen sie hier dann gleich mal ein paar ja ich habe so hallo leute wir sind wieder zurück an und weiß gerade gestorben durch inventor raptor wir könnten jetzt probieren die zu zähmen und ich habe ein neues schild im drecks pasta da wo sind die treats erwarten und bei du kannst wo sind die treats hast du die treats dabei bin ich blöder das ich kann gerade nicht bei mir gerade einfällt gibt ein kack treat auf wo sind die raptor warte warte und wenn ich drunter gehen versuche einzudähen aber nur ein ich habe ein online schalte doch nicht doch nicht doch nicht doch nicht der hat nicht genug der hat mir auch alles genommen der zweite raptor und die sind glaube ich noch zu groß ich habe den raptor getötet was dein ganzes darf nur ein paar hier ist noch dein schönen ja hier ist jetzt läuft da wieder nackt rum alter wo ist die hose ok gut sie deine hose an was sie egal in der raum und sie ist noch eine zweite hose ich töte mal ein paar chickens damit für neue treats warte komm nicht rein so so nach drei jahren äh nonpile by the way kurze frage willst du ein neues schild weil ich habe mir jetzt ein tower schild geholt also so ein fettes riesen schild ja nonpile hat schon normales schild ne ich meine ich habe jetzt ein abgegradetes eisen schild für ihn wenn er haben will ja ja ok dann nimmst du das heißt nicht rein kommst du wie findest du mein schild äh nonpile komm her ich gebe dir jetzt ein neues schild ab in den pool also ja wir werden jetzt noch akuten gehen ja das wird wieder mal spaß bei the way online war denn nicht mehr schwer dass wir nicht wieder hier bitte der schild liegt im wasser wo sind meine bücher ich hatte bücher ja ok wünscht mir glück ich werde ja hier auf diesem shop dreimal dreimal ja dreimal also dreimal pfeffer was sind die erst ein löffel warte pfeffer kann aber auch so hier leute guck mal ich habe hier jetzt oh mein Gott für spezielle rezepte alter ist das ekelhaft oh Gott ich will das nicht mehr tun also darf ich mir ein wasser runter kippen ja natürlich ich habe also ihr könnt euch das mir mal ansehen leute oh mein Gott mit spezieller rezepte wenn jetzt quasi seine fresse haltet ja sorry aber es ist echt ja dieses buch hier hat spezielle rezepte für dekorationsblöcke und auch anderen waffen ja du kannst es mal auschecken ja 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 und du musst das alter diamantdeutsche geil wir können das mal ausprobieren ich müsste es kurz kraften warte dekorationen ich will eine pistole ja warte ich kann dir das craften du musst mir nur das buch geben ne weite ich ok weiter ich habe mir das rezept sowieso gemerkt ja krassig gib mir buch 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 ja auch nicht zu schlagen buch und schlag dich und du bist wahrscheinlich wurde das hier brauche ich stöcke wirst du mir jetzt ein singt kraft nur das soll ich mir selber eine kraft ist selber eine ich musste als erstes die kraft den bank der beck der für kraft wird der beck ist die federn mut zum fickern gescheitstöcke weiß ich doch nicht ja warte ich habe stöcke warte ich habe selber gerade gefunden ja aber ich kraft das ding kurze frage haben wir irgendwo stein haben wir was stein du kannst du kannst in meiner chest nachsehen ich habe einige dabei was du jetzt die sticks gesehen dass sie rausgenommen ja hab ich gibt sie mir ich brauchte gleich ich brauch sie auch gerade ja du kannst erst eine ganz kraft wenn ich diesen kraft den kack machen ich hole mir einfach selber sticks warte hier ich gehe ich wollte sie gerade raus trocken und dann gehst du weg weiter warte bist du hast sie getroppt fünf gewartet hoffen ist das genug perfekt also jetzt werde ich das oben kraft hier in diesem raum da perfekt jetzt kommt sie kurz ne das ist ein verbesserte crafting table jetzt können wir spezielle sachen kraft wie sie sehen können wir können am trades kraften wir können stühle kraften damit wir können uns ganz spezielle waffen kraften wie eine gun stone battle axe 3 sensen bessere schilder das ist das woher sie den platziert da wir können sogar emerald rüstung machen jetzt wird fast sich die kraften dann gehen wir auch gleich los kannst du mir noch mal kurz das buch geben da warte ich hier nimm das buch wir können das übrigens mitnehmen weil das ist leicht zu machen ich warte dass das 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 okay aus so das heißt warte ich brauche hier den lever dann nehme ich hier zwei sticks dann nehme ich hier den knopf und dann das hier rüber nein warte ich habe das chef rezept von einem warte geben und es darf wieder ah ok warte ich weiß was ich sehe was ich falsch gemacht habe das hier so das hier so das hier so und dann das heißen hier das fällt gerade glaube ich auch ich glaube das muss ich bei einer normalen warte ich meine bei einer normalen warte ich meine bei einer normalen warte ich so zeig mal zeig mal her das crafting rezept ne das geht mir bei dem ja hast du warte geben mal kurz her da auf uns zu schlagen alter er gibt es kurz her ich will nicht fliegen vielleicht packt er vielleicht legt er einfach nur das server was soll ich noch mal ich habe das crafting rezept gerade genau so gut gemacht wie es da stehen so dass das dass man kann sich eine scheiß glaive machen ich weiß man kann sich sensen machen haben wir da warten und du kannst meine helbert nehmen damit du eine bessere waffe hast ja ist um einiges stärker nur arm wenn du ein sheet equiptet hast kriegst du damit als bonus als mining fatigue ich mache mir jetzt eine bessere waffe naja ich muss noch ganz kurz was der wichtiges machen ja dann kraft kurz den links punkt ist auch nicht mal meine waffe kraften weil ich habe was besseres gefunden denn eisen hammer warum kann ich mir den ganzen schiff nicht kraften ja dann gibt mir her und zwar ich bin mir eine sense kraft dafür musst du drei stöcke übereinander und über den letzten stock dann drei emeralds hintereinander warte jetzt zeigt mir mal kurz her das ding das rezept das ist auf seite acht oder neun bei der war ich nehme jetzt den zweiten löffel pfeffer warte ich will was nicht mehr tun ich will was echt nicht mehr tun warte gib mir noch mal das buch her ich hab ne idee wieso was hast du für ne idee gib mir meine materiale und das buch bitte warte ich hab jetzt den eisen haben wo er macht leute es ist hier verpackten ein paar rezepte funktionieren paar nicht da ist noch deine dinge zum selten quasi das hast du jetzt den sperr quasi mach das ist schon wieder passiert alter das ist dein schleim helm man hört doch auf jetzt ich bin ja dauernd gegenseitig die hütten mann ich schwöre ich hab gleich keinen bock mit der alter non-pye fuck dich ab von mir rauswerfen okay also ja leute wir werden jetzt endlich erkunden gehen hoffentlich hoffentlich hier ist ja dass du den schlagen hier hier ist ein rechtliches zeug da sind deine pflaster obwohl ich denke ich habe das richtig ja wir gehen jetzt erkunden wir haben jetzt auch für uns gegenseitig zu töten an dauernd ich glaube ich tue noch die weiß was die lösung dafür ist laufen einfach rennen doch das ist die lösung wenn man weit genug wegläuft lassen sie von einem ab ich habe dich oft genug umgebracht so kommt kurz her wir gehen jetzt erkunden weiß ich nicht bitte nicht wir gehen jetzt irgendwo hin erkunden leute und wir werden ja ich mache jetzt ein card bis wir irgendetwas tolles finden ich habe million also ja leute wir sind jetzt hier in der nähe von zerstörten touren nehmen wir haben wird nicht wortwörtlich so heißt dass ich dadurch krepieren könnte es passiert ja nicht du kriegst ja kein schaden ich krieg auch kein schaden und ich habe auch komplette stiltsbums rüstung an da nicht hingehen und bei der rote ist böse der rote ist siehst du ja ist direkt wieder rassistisch der eine gute unter den ganzen unter den ganzen braunen alter aber es ist ja der rote ist ja auch was ich hätte irgendwas über die weißen damit ich nicht rassistisch mich anhören das weiße rüben brauner alter ab dem herrn das war ein töter brauner schau mal alter davon sind mich die saurier da ist ein wästern 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 ja wästern ja guck mal das ist eine crafting bench ich vergrößte fällt mir gerade auf ich habe zwei packets dabei hier bitte quasi ins wasser rein wo du bist bist du doch da ist ein packet du bist nur blind da siehst du er warst du hier wenn es erstes kriegt hat ihn so sollten uns übrigens nicht töten wir ansonsten müssen wir hier wieder katti katti machen und darauf habe ich gern ja noch ein feier als zufrieden ja du wohnst du bist derjenige der meistens ist das jetzt passiert der tod was ist das ach du scheiße ich habe ja gesagt ich lag da ins wasser rein ins wasser rein wir haben das wasser weg gemacht ja gehen wir schnell raus gehen wir schnell raus wir gehen einfach in die savannah da ist es weniger heiß ja war noch an einer ich bekomme es gleich wieder da 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 ich lauf um mein leben schon ich will nicht wieder ich will nicht das ist zu viel arbeit karl kraft bitte tun mir das nicht an wir sind ja wir sind gleich draußen laufen 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 dann gehen wir in der savannah weiter ja wer weiß ich nicht nur du bist 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 wir alle sind im hardcore modus schau mal dino der trappes lauf der trappes mich ist ja deswegen will ich ihn ja töten da ist die spezielle version käppel arias so wir sind ja sie sich ja nicht ich habe jener wir hätten uns schlafsäcke mitnimmt sein du willst mich verarschen oder ja keppel dings bums kassi mal nicht warten alter ich muss was trinken die hast du erst erst entstanden alter es ist so scheiße legge bei mir ich ver AWS so scheiße läge damit dass im wasser erst nach einer gefügt stunde verschwindet und auch herkommen dann noch dazu braucht sich eine ewigkeit bis sich was getrunken habe noch sei ich habe musste gleich mehr oder nicht wie das scheiße heißt ja bitte kurz was ist denn ja die fähren sind die autor an alter ich höre irgend ein vibrieren im hintergrund wir müssen weg wir müssen weg okay an der richtung da hinten ist ein fucking roter riesiger drache da ist ein todesrohr wo ist der todesrohr spasti so ich habe ihn getötet ich habe seinen schittin bis dahin wird niemand was ist wohl an der Hälfte brauche ich und wasser schon wieder erwarte ich plötzlich mein wasser was überstehen okay Prozent wir haben zu werden der Wüste mal ein Dorf gefunden habe ich noch ein folgt mir folgt mir da ist kein dorf wir waren gerade erst da drüben ja ich weiß es ist man zerstört das dings punkt es wird so schnell einfach hot alter ich glaube deswegen da ist ein sandsturm davon ist eine pyramide da vorne also aber ich denke dass ich es ist keine pyramide die drop die teils hat sie ist einfach nur für dekoration hier ist mir das ist du verdurst das gleich warte ich hätte hier sind das ist richtig denke ich kenne das teil von meinen eigenen acht scheiße das geld ist drin ich sehe davon ich sehe davon tun das ist toll das ist toll da müssen wir unbedingt hin kommt ja zu mir bist du ja okay gut davon der ist halt in der wüste aber ne warte der ist in der savannah und da ist ein dorf wassendorf wirklich obwohl nicht ein dorf aber das ist der kaputte turm okay wir sind im kreis gegangen ja wissen ich mache mein karten bis wir das sind ein baby drachenskelett wow baby drachenskelett ich habe ja jetzt ist die frage was hat ein baby drach getötet ich glaube das ist verdurstet ich hoffe da ist ein kaputt ist da da ist ein netter portal nun bei hinter dir ausschöpter verloren da habe ich ja da kommt kommt her hier da drüben müssen nicht dann geht es zünden ist der kaputt ist warte wir könnten es anzünden mit einer mädchen box mit einer was mädchen box das ist auf deutsch weiß ich was dass ich was okay krass das gute form der feld so ich darf das mal kurz dann könnten wir heute der netter kunden haben wir noch nein super duper ist noch besser wie er noch eine kleine vorwarnung der netter ist sozusagen wie du das heißt alles voller dämonen hatte wie kraftig jetzt aus dienst du weißt schon dass wir kein wasser haben oder ja ich weiß paper die frage nächste frage was brauchen wir dafür wirklich bürkenholz hat einer von euch sugarcane ich habe früher wenn ich war ich habe mich nicht ich habe ich habe ich habe gut 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 dann können wir papier machen im match box stimmt doch nicht jetzt ernsthaft gegen zombie so wer ist das er und damit ist was lustig ist und der füge los geht's so jetzt kommen okay wir gehen sofort wieder aus beiträgen dass es nicht alles geht aber ich sehe sehr viel blut ist das toll was siehst du da ist direkt in einer gespawnt was wirklich ja wie lucky sind wir siehst du irgendwelche monster bis jetzt sehe ich keine außer unten am boden das benutzt nicht ein schild ich denke das ist weil du dein schild gibt da benutzt dessen cyberteam unten ich muss dein schild an den krypton singen rund oh gott auch jetzt eine sache die ich sagen muss wenn man im wenn man im netter ist hat man einfach dauerhaft zu du ist und er doch nicht okay das war für mich ein bad wow wir sind direkt in fort ist gespawnt ja schon krass irgendwie was ist das da drüben aufpassen dass sie nicht runter fällt werden sonst leben ende da ist dieses beschwörer teil aus tun das ist ein cyberdemon nein nicht ein cyberdemon da wo ich gerade bin wo bist du ist die frage hier steh mal auf da hast du da warte ich will das mal sehen wo als ist es da warte müssen wir hierher gehen das siehst du das dahinten ist dieses beschwerer teil ich wieso steht hier die message jetzt ich gehe zurück gehen wir zurück ja warte ich will noch ich will noch kurz was dem netter hinterlassen wir sind nicht bereit dem netter aus irgendeinem grund ist die message wo bin ich denn jetzt ich bin nicht zu hause ich bin im dungeon gespawnt mit einer riesigen drachen ohr nur ein paar Minuten bist du gespawnt er ist auch gerade noch was seid ihr da ist ein riesigen drachen ein riesigen drachen flieg weg da ich bringe den drachen zu fliegen wir feiten ihn auch da ich beschwöre teile ich hätte ihn nicht mehr er ist viel zu hoch er fliegt gerade glaube ich ich beschwöre auch meine kleine armee wir müssen die kisten wir wissen den boss drachen töten unsere viecher töten die gang macht es du wixer er hat mich aus Versehen nicht getötet alter ja nimm schnell eine one more potion ja eine one more potion hallo leute ja wir sind jetzt in den dungeon gespawnt das ist bett mit super mega super ich hab die xp bottles meiiiil ich guck mal was ich hab für ne axt ich guck mal den namen von der axt der one of the one of uvu alter darf ich die bitte wir müssen die äxte mitnehmen ich meine die die köpfe wer hat ihr wasser platziert ich habe mich als schild nicht hast es aufgegeben ich habe es nicht aufgehoben doch das hast du dass irgendwer von euch mehr ein großes äh ich hab dein krasser schild nicht aber machst du mal das wasser weg man trägt eben nicht verarschen und spielte es nicht da nehmt die körper mit das liegt ja einfach im loch alter die köpfe mitnehmen körper können wir irgendwas cooles machen glaube ich du willst mal bagger gehen oder ne warte hier ist noch lass uns gleich weiter kommen oh hier ist noch ne truhe hab ich mir eine fackeln ja long ich hab noch ne fackeln was hast du bei deiner truhe nonpay nein da war nicht ich hab ne große truhe diamanten warte 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 ich hab 5 dias ich hab 5 dias bist du äh hinter dem portal da ist noch ne kiste das sind zwei essenschwerter SEALAN äh SEALANTERNS LUL und äh das sind noch zwei essenschwerter ah ich seh dich ich seh dich ich seh dich bei mir sind außerdem noch zwei essenschwerter falls einer von euch eins braucht ah cool da ist ein secret room oh mein Gott komm mal her ich hab mir irgendwas gefunden warte ich komm ich komm her weißt du mein Pei wo bist du hin Charly geht schon da rein ah warte da ist nichts das war wirklich gar nicht hier ist es kalt aber wie tief sind wir denn bitte im untergrund das ist so kalt tief so tief im untergrund also warte hier ist noch ein raum den noch keiner erkundet hat das ist so ein gefängnis so ein dungeon das ist ein 6 dungeon oh ne halt die fremse 6 dungeon mit dem drachen ja also das ist so ein fetisch dungeon wo seid ihr ich will diese sounds machen mich irgendwie ein bisschen aggressiv warte ich mach mein ich mach ein screenshot ja um ganz ehrlich zu sein war es das glaube ich aber ich habe jetzt auch keinen plan hier wieder hier wieder also ja wir könnten den restlichen dungeon dann bei quasi sie hier geht es weiter hier geht es weiter wo bist du wo mir ist kalt mir ist kalt ich friere ich habe eine fackel da die matchbox da es hat bei mir aufgehört eben feuer immer noch also quasi wie wärst wenn du auch gleich deine folge dann aufnimmst ja kann ich machen warte warte ich werde meine erstes beenden also ja das war es mit meiner folge ich hoffe sie hat euch gefallen und ansonsten man zieht sich in quasi sein video ich habe einen rock gefunden ich hatte es jetzt noch dazu damit ihr mir glaubt komm schon du musst mich verarschen der hat unsere ganzen treats genommen der spasti hat unsere ganzen treats genommen guck mal schnell nach ob wir noch cooked chicken irgendwo haben oder avian treats wir haben glaube ich noch zwei cooked chicken guck mal nach ob wir uncooked chicken haben ich will nicht dass der despawnt haben wir nicht doch wir müssen wir haben nein ich weiß ich bin wieder 100 ich weiß dass ich welche haben weil ich habe vorher welche in die kiste getan ok warte ich gehe gleich nachsehen wieso hebst du mich eigentlich nicht auf wieso ignorierst du mich ach so warte ah ja warte das waren diese klug die äh ja ja genau das ok ich brauche wasser ok wir haben hier cooked chicken wir haben hier kein cooked chicken wir haben hier wir haben hohen putern wir haben hier bei cooked chicken noch er steckt fest gut in deiner kiste zufällig ja guck mal noch ob es in meiner kiste ist fuck das wäre erst wieder anstag in deiner kiste ist wir haben hier diamanten diamantenblöcke aber alles andere als dann tötet ihr die chickens bei unserer farm ein paar ok aber nur ein paar halt so dass wenigstens mindestens zwei noch übrig sind das heißt ich tue alle bis auf zwei ja alle bis auf zwei wie viele haben wir oh cool ich kann ein chicken töten was wieso weil wir nur noch drei haben scheiße und ein baby fuck das baby ist jetzt verstört haha cool guck mal nach ob irgendwo chickens in der Nähe sind oder lenkt den rock ab dass er nicht despawns ah dann ist der bastard und ich suche angreifst schlag hier mit meiner hose alter ja nicht bitte nicht mit einem riesen schwert keine sorge habe ich mir vor die missgeburt warte hast du es eine hast du es eine chicken in im ofen reingetan äh bist du mehr kommen scheiße ich versuche den holen zum gerade einmal zu schlagen damit er auch ja ok abruf ich glaube ich versuche das jetzt mit irgendwo nach hause er hat mich schwer lässt er mich jetzt fallen ist der lass dich nie fallen der lass dich nur ich denke er werde dich nur fallen lassen wenn du ihn oft genug schlagst ich habe gerade verschleppt ich habe gerade verschleppt ich habe mann ich muss ich muss mich nicht schicken los aus aus schloss ist der tod und ich will das nicht los wird kann ich irgendwie anders noch von dem weg also ich bekomme jetzt gerade wort für dich schaden wegen die mit ich schwör bitte bitte beeiligt alter ich schwör ich habe gleich egal es ist es ist für einen guten zweck da ich habe ein chicken ich habe eins dann braucht fünf für ein für drei tweets tweets also wir haben in den truhen noch insgesamt sechs chickens gebraten was wieso hast du mir das nicht gesagt hab ich du knechst ja sobald du stirbst kraftest du das zu hause dann zusammen wo bist du gerade mit dem rock in der nähe von diesen also in der nähe von unserem haus ok ich komme ich komme ich komme schnell dann sobald du stirbst gehst du rein ins haus und baust die tweets alter kannst du das schnell machen weil der tötet mich nicht schnell genug ja aber wenn er wenn er dich tötet die spontan gleich ja wie viele herzen hast du noch also ich habe erst drei verloren ja greift er dich beim kopf an nein scheiße wo sind die wo sind die chicken die fünf chicken wahrscheinlich tun schnell nach wir haben einmal in wir vier schicken und in der art und in der ander direkt gegenüber haben wir noch zwei ok da greift mich gerade nicht mehr an der verschleppt nicht einfach nur vier chicken jetzt brauche ich noch zwei zweck knochen dass sie das hier zusammen so viel wenn wenn er das jetzt nicht annimmt ich habe vier noch ich habe noch vier davon ich sage dir eine sache ich liebe diesen vogel weil er hat mich irgendwie gerade so viel gebracht hat sich losgelassen er steckt im bau fest weil nicht gut ja ich kann ich kann nicht sprinten weil ich nicht genug weil ich durstig bin ich komme ich komme ich komme und da ist er wieder also warte wo geht er hin er liebt mich jetzt brauche ich schnell das aus tun komm mit komm mit ja ich folgte auch weil weil also ich will einfach nur darauf er ist einfach nur auf mir nach hau ich sterbe gleich wieder wegen ja da geht es um zu fahren so ich werde jetzt noch den links in soulstone auf ihn aufmachen leute also ja ich werde es noch zu meiner reihenfolge dazu karten also das ist jetzt schon nach crazy seiner folge also wundert euch bitte nicht wieso wir so neuen staff haben aber ja ich wollte es nur rein karten damit die mir glaubt dass wir offline können stattdessen haben wie alles kraftig das alles zusammen schnell hat er mir ist immer noch heiß obwohl ich nicht mal irgendwas an weil du keine schleim rüstung an hast ich hatte davor wohl ich hatte davor auch keine schleim rüstung an ich hatte einfach gar nichts an und überheißt ja er hat den so perfekt also ja leute